Aua. Hast du das gesehen? Genau das meine ich. Ja, da brauchst du da oben gar nicht so zu gucken. Dem tun wir nix. Äh, äh, niemals. Nein. Marie nicht. Kennert, das sind unsere Freunde. Dem tun wir nix. Leckere Ha... Nee. Aber er riecht so lecker. Ich will nix. Ah! 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 Vielen Dank.